Liebe Freunde, hört mal her, ein Schlümpfe-Leben ist nicht schwer. Ich erzähl euch heute was, das macht jedem Schlumpf wie Spaß. Das Leben hier bei uns ist schön, ihr werdet das sogleich verstehen. Eure Ohren aufgesperrt, ihr wundert euch, was ihr jetzt hört. Montags gehen wir in den Kindergarten, Dienstags dann sind wir im Schwimmbad baden. Mittwoch spielen wir Fußball den ganzen Tag und Donnerstag macht jeder, was er gern mag. Freitags in der Schule wollen wir singen, Schlümpfe-Freunde können wir gern mitbringen. Tennis spielen wir am Samstag immer, Sonntags singen alle Schlümpfe-Kinder. Liebe Kinder, hört mal her, ich glaube, das gefällt euch sehr. Wir fassen uns nett alle an und jeder singt so gut er kann. Montags gehen wir in den Kindergarten, Dienstags dann sind wir im Schwimmbad baden. Mittwoch spielen wir Fußball den ganzen Tag und Donnerstag macht jeder, was er gern mag. Freitags in der Schule können wir singen, Schlümpfe-Freunde können wir gern mitbringen. Tennis spielen wir am Samstag immer, Sonntags singen alle Schlümpfe-Kinder. La, 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 la Untertitelung des ZDF, 2020